Oh mein Gott, Leute! Es gibt was zu feiern! Wir haben tausend Follower auf Instagram. Dank euch. Danke, danke, danke. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Ja, und während ich das gerade sage, ist ein Regenbogen am Himmel und das ist ja sehr bezeichnend dafür. Wow! Mega! Sehr bezeichnend dafür. Es läuft bei uns. Es läuft bei euch. Wir freuen uns, dass ihr so viel Spaß mit uns habt, weil wir haben sehr viel Spaß mit euch. Und wenn wir könnten, würden wir jeden Einzelnen die Hand schütteln. Ach so, das machen wir in Zeiten von Corona natürlich nicht. Deswegen nur virtuell. Wir virtuell umarmen wir euch. Hugs und Küsse. Danke! Herzlich willkommen beim Köln 50667 Podcast. Mal wieder. Es ist Freitag. Juhu! Hier sind Annika und Benita. Tagchen! So, Benita, irgendwie, also wir haben ja letzte Woche mal eine andere Wochenzusammenfassung versucht. Irgendwie fanden wir es jetzt persönlich nicht so schmuhn. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir bei Old but Gold und du machst die Wochenzusammenfassung. Okay, mache ich. Ich muss auch sagen, ganz am Anfang jetzt, diese Woche fiel es mir so extrem schwer, weil, Leute, wir versuchen natürlich, die ganze Woche nicht drüber zu sprechen, wenn wir uns sehen, weil, ähm, natürlich soll das, wollen wir uns für den Podcast aufheben, aber diese Woche war es für mich wirklich schwer. Du wolltest uns für den Podcast aufheben? Ja, ich wollte dir schon schreiben, so. Wir gehen jungfräulich immer in diese Aufzeichnung rein. Ja, wirklich. Wir reden nicht darüber, Leute. Wir reden nur mit euch darüber. Deswegen Community Talk. Also, Leute, was ging ab diese Woche? Okay, fangen wir an. Das Dreiergespann. Ja, erst, äh, war am Anfang der Woche die Situation mega komisch. Äh, Bo und Toni waren ein bisschen entspannter als die Leo, aber es hat sich dann herausgestellt, dass die Leo einfach nur einfach extrem unsicher ist und eigentlich doch ganz schön viel Bock drauf hatte. Und gegen Ende der Woche hat sich dann herausgestellt, dass die Leo vielleicht sogar die Bo ganz schön sexy findet und vielleicht sogar sexier als den Toni. Und, ähm, nachdem diese ganzen Sachen passiert sind, worüber wir gleich sprechen können, hat am Ende der Woche die Leo, der Mel, gesagt praktisch, dass sie auf Bo steht. Ja. Also einfach gesagt. Das war schon mal krass. Und, dann gab's natürlich noch Olli. Da hat man ja nicht so viel mitbekommen diese Woche, aber er hat natürlich Konnichiwa. Genau. Weiter gelogen. Er hat Stella gesagt, er ist in Japan. Er war nicht in Japan. Darüber reden wir auch später. Ja, Sophia. Ah, die hat am Anfang, die hatte so ein bisschen auf und ab diese Woche, weil am Anfang sollte sie, wurde sie gemobbt wegen ihren Outfits. Dann hat sie angefangen zu klauen. Und, dann hat sie aber Komplimente für ihre Outfits bekommen. Dann hätte sie sogar mit auf eine Messe gedurft. Aber, dann hat die Chefin leider mitbekommen, dass Sophia geklaut hat. Und Sophia wurde gefeuert. Hat's natürlich aber wieder keinem erzählt. Hat sich verprügeln lassen. Ist, hat die Polizei angelogen. Hat ihre Freunde angelogen. Wow, wenn ich das so sage, müssen wir gleich drüber reden. Genau. Was gab's denn noch? Die Lea. Die hat ein Jobangebot bekommen für ein, sie sollte Werbegesicht werden. Habe ich so richtig, habe ich das richtig verstanden? Ja, hab's so. Werbegesicht werden für einen Gin oder eine Gin-Firma. Und hat natürlich wieder damit zu kämpfen gehabt, dass Oskar sich benommen hat, wie ein Zwölfjähriger und ins Auto von ihrem Geschäftspartner gepinkelt hat. Aber, das war ja, ich hab schon gedacht, was kann jetzt noch kommen? Aber, ja. Ja, da konnte noch was kommen. Nämlich hat die Lea den Papa vom Oskar kennengelernt und fand den auch gar nicht so uninteressant. Ich konnte nicht mehr, wirklich, ich weiß gar nicht. Okay, Leute, ich mach einfach weiter. Mach schnell, wir müssen sprechen. Ich kann nicht mehr noch weiter zuhören. Mach, mach, mach hin. Und Nelly hat sich gestritten mit Oskar wegen diesem blöden Luca. Der hat sie wieder weiter ausgenutzt, hat sie das Referat machen lassen. Sie hat auch noch eine Vier kassiert für ihn und am Ende hat sie ihn angekotzt und das war eigentlich das Beste, was sie hätte tun können. Naja, aber im Endeffekt ist die Nelly einfach in love. Und Freddy hat am Ende der Woche, ich hab schon gedacht, ich hab ne Pause von dieser Jill, ne? Aber nein. Am Ende der Woche war sie wieder da, sie ist wieder ausgerastet, Freddy hat weiter Tabletten für sie geklaut. Und go, let's talk, Annika. Oh, bitte, bitte, bitte. Wo fangen wir an? Vielleicht kurz, weil ich glaub, das lässt sich am schnellsten abhaken, die Olli-Story. Also Olli, ähm, also bei Olli sollte man vielleicht keinen Kurs machen, wenn man seiner Freundin vorgaukeln möchte, man ist irgendwo im Ausland, weil ich weiß nicht so ganz im Ernst, wie jemand das glauben kann. Äh, ich mein, Jill hat selbst mehrfach, äh, Jill sag ich schon, ähm, äh, na, wie heißt sie? Stella. Stella, meine Gott, wie kann ich sie auch nur verwechseln? Äh, Stella hat ja selbst bei mehrfachen Gesprächen mit einem Olli in Japan so gesagt, von wegen, aber Olli, äh, die trinken da Kölsch? Singen die Kölnisch? Ach, es war einfach ganz absurd und, äh, das ist so krass, wie weit geht er noch? Ja, und von, das Beste wäre eigentlich einfach gewesen, sie hat ja vorgeschlagen, nach Japan nachzureisen, nachdem sie doch nicht nach Sylt ist, das hätte ich fast sehr lustig gefunden, aber da haben natürlich die netten Freunde mal wieder hier eingegriffen und gesagt, nee, du, Stella, lass mal, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, weil der muss da ja viel arbeiten, überhaupt, also ich finde, das ist wieder die Story, diese Freunde rund um Olli, das sind einfach die besten Freunde, die man irgendwie finden kann, weil die machen alles mit, die helfen irgendwie, Japan in Bilder rein zu photoshoppen, irgendwie so zu tun, als wäre man in Japan, la, bla, bla, ähm, nette Freunde, aber Olli, 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 Lügen haben doch irgendwann kurze Beine, würde ich behaupten. Ja, vor allem, so einfache Sachen, dass die Kölsch getrunken haben, so, ja, also komm schon, denk doch mal, wenigstens fünf Sekunden nach, bevor du irgendwas machst. Ach, meine Güte, weil du hast ja voll recht, die Freunde für Olli, die sind super, die stehen total hinter ihm, aber wenn ich mir überlege, was die ja auch alle Stella antun, die müssen ja auch wissen, dass das nicht für immer so geht. Gut, denn da würden jetzt alle sagen, aber it's for love. Ähm, ja, ich weiß nicht, Leute, findet ihr, dass das gerechtfertigt ist? Im Krieg und in der Liebe ist jedes Mittel erlaubt. Ja, findet ihr das so, oder sagt ihr, äh, nein, Ehrlichkeit ist, Ehrlichkeit ist immer noch das Beste. Ja. Sagt uns mal, also deswegen, Olli, ehrlich gesagt, würde ich auch fast hinten jetzt schon abhaken, ist ja in der Woche das dann schon gewesen. Ne? Ja. Nächstes Thema. Lass uns zu Bo, lass uns zu diesem Dreiecks, was auch immer, also. Das ist immer noch meine Lieblingsstory, muss ich sagen. Ja, ja, nee, da kommen wir später noch zu. Ich glaube nämlich, heute gibt's wieder, sind wir uns wieder sehr uneinig. Also. Oh, ähm, Dreiergeschichte. Also Anfang der Woche wird sich vereinbart, dass sozusagen Toni jetzt einfach mal geteilt wird. Gefühlt an geraden Tagen gehört er dir, an ungeraden Tagen mir. Also jetzt im Sinne von Bo und, äh, Leo, äh, interessantes Konstrukt, aber alle finden's offensichtlich gut. Sie sagen's doch den ganzen Freunden und sagen, hey Leute, wir haben jetzt so eine Dreiersache am Start. Ein Thrupple. Ein Thrupple. Ja. Und schön auch, dass beide in rot gekleidet waren, so richtig so matching, matching, so einer roten Krawatte. Ja. Wie der Hefner. Ja. Das war ein bisschen lustig, aber, ich muss sagen, mal wieder wurde Toni überhaupt nicht gefragt. Ne? Die Mädels haben mal wieder ausgemacht, ja, wir teilen uns ihn nach Wochen und er war halt, ja, okay, okay. Ja gut, aber ganz ehrlich, also ich fände, anscheinend ist Toni ein Nimmer satt und deswegen nimmt er einfach mit, was geht. Der muss ja echt unfassbar Konditionen haben. Ja, sehr ausdauernd. Also, Hut ab an dieser Stelle, weil die Mädels beanspruchen ihn ja auch ganz schön. Was sagt Leo einmal, ich hatte heute schon dreimal. Naja, gut, aber okay. Ja, aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube auch, das war nur gelogen. Ich glaube, das war gelogen. Aber, ähm. Weil Leo hat ja Sexträume gehabt von... Von Bo. Also das, diese Wendung war doch jetzt irgendwie etwas unerwartend. So schnell vor allem. Ja. So schnell von einer Woche streiten um den Typen. Ja, und sie fand ihn ja so gut. Sie hat gesagt, oh, Toni, der Toni, der ist so toll. Ja, aber vielleicht war sie schon die ganze Zeit unterbewusst eifersüchtig. Vielleicht. Auf, ähm, eigentlich Toni, weil er Bo hatte. Weil er Bo hatte und sie nicht. Das weiß man ja nicht. Und sie war dann wirklich direkt auch irgendwie von ihm, die hat die ganze Zeit mit ihm rumgemacht und mit ihm geschlafen und plötzlich war sie abgeturnt von ihm und war so, mh, ja, Bo. Und er hat ja auch nicht geholfen, dass die beiden dann zusammen gedehnt haben, zusammen baden waren. Ja, also zusammen in der Badewanne. Ja, und ich muss ehrlich gesagt sagen, also da haben wir eine Frage an dich, Benita. Und zwar, also ihr könnt auch gerne hier, Frage geht auch an euch, gerne beantworten. Bitte hinterlasst Nachrichten auf Insta. Ähm, was, wie würdest du sagen, Benita, ähm, hast du den Eindruck, dass Bo Leo auch irgendwie so gut findet? Noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin mir dann nicht für sich so voll freundschaftlich. Und, ähm, Bo ist so total, ja, ich meine, man gibt einer Freundin vielleicht mal ein Küsschen oder so. Komm, wegen mir kann man auch mit einer Freundin die Badewanne oder so. Das kann ja alles so sehr freundschaftlich sein. Ja, genau, nee, 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 das stimmt. Und ich finde, sie gibt ihr so nicht das Gefühl, dass sie auf sie steht. Ich habe bei Bo immer noch so das Gefühl, die ist voll fokussiert auf Toni. Ja. Und steht gar nicht auf Leo. Ich, das, wie gesagt, deswegen frage ich dich, war ich mir ein bisschen unsicher oder irgendwie so ein bisschen, ja, weil als jeder einmal so von hinten an die Leo hingeht und sagt so, ah, macht der das auch mal bei dir? Mit diesem Küsschen da von hinten. Ach so, ja. Und so, ich meine, das könnte ja auch ein ganz geschickter einfach versucht sein, einfach auszutesten, wie Leo drauf reagiert. Und auch mit der Badewanne. Ja, die sind schon befreundet. Und ja, sie teilen sich jetzt einen Typ. Und ja, sie hatten auch schon Dreier. Wie das klingt. Aber diese Seifengeschichte da so, oh, kann ich mal kurz meine Seife irgendwie bei dir? Wo ist die Seife? Wo ist die Seife? Das war so ein bisschen, Ja, aber ich habe das Gefühl, sie provoziert vielleicht eher. Sie war ja auch, ich hatte als Leo am Anfang so durchgedreht, dass wie sie halt immer wegen jedem, wegen allem durchdreht, hat Bo und Toni, haben ja fröhlich weitergedatet mit mehr. Wir versuchen hier wirklich ein bisschen. Jugendfrei. Jugend, nein, nicht Jugend, aber halt so ein bisschen, ich bin jetzt nicht so ganz. Ich versuche jetzt nicht Begriffe zu verwenden, wo am Ende irgendjemand sagt, die müssen gepiepst werden oder so. Am Ende kommt noch jemand und sagt, wir müssen gepiepst werden. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Aber ihr wisst, was wir meinen. Also, Toni und Bo waren immer noch bei der Sache und Leo war total unsicher. Und dann haben die ja beiden, sogar die Leo eingeladen. Ja, so, hey, willst du mich mitmachen? Und Leo, die war wieder total verschreckt. Und ich weiß nicht, die beiden. Wie so ein Hühnchen. Bo und Toni, ich weiß nicht, ob das sich jetzt nicht so ein bisschen abgrenzt, weil vor allem hat ja auch Leo Toni abblitzen lassen dann, als er dann wieder geschlafen wollte, weil sie kann nur an Bo denken. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nicht vielleicht dazu führt, dass die Leo total unglücklich in die Bo verliebt ist und Bo aber in Toni und dann die traurige Leo zurückbleibt. Ich weiß nicht, bei so einer Dreierbeziehung muss man halt auch sich immer bewusst sein, glaube ich. Nicht, dass ich damit Erfahrung habe. Nein, aber ganz ehrlich, drei ist immer, wie sagt man, drei ist immer einer so viel. Also, aber kann man wahrscheinlich nicht. Du fließt heute über Frau Sprich. Ja, wow, ne? Ich finde richtig gut. Super. Aber ja. So lange ich sage, die Karten sind neu gewürfelt, ist doch alles rund. Oh Mann, ey. Ist dir übrigens mal aufgefallen, das fand ich diese Woche sehr bemerkenswert, dass Bo und Leo, ich weiß es nicht, den ganzen Tag nur Zeit haben, sich entweder aufzuhübschen, zu baden, einzucremen oder irgendwie Sport zu machen, um ja sexy auszuschauen. Die haben nie was an. Nee, die haben nie was an. Es ist immer super heiß, immer Dessous am laufenden Band, und irgendwie die ganze Woche dreht sich nur um Toni. Was wolltest du jetzt machen? Ja, ich wollte joggen oder Yoga. Ja, Yoga machen die auch richtig oft. Ja. Und sich eincremt. Ich finde, Bo cremt sich gefühlt nur noch in Unterwäsche irgendwie die ganze Zeit ein. Aber Leute, achtet da mal drauf. Wie oft cremt sich Bo ein? Wir könnten ja vielleicht sogar ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal ein Shot, wenn Bo sich eincremt. Ein Shot. Oder jedes Mal ein Shot, wenn sie in Unterwäsche sind. Eine von beiden. Ja, Benita, so viel zum wir wollten gerade versuchen, dass wir nicht gepiepst werden Thema. Aber just the same. Alles gut, alles gut. Ein Shot. Ingwer-Themen. Ja. Okay, okay. Gehen wir zum nächsten Thema. Ja, was wollen wir als nächstes? Wollen wir über Nelly reden, die süße Maus? Ja. Annika ist ein Nelly-Fan. Ich merke es schon. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich cool, weißt du ja, dass die Nelly so auf den Luca zugeht. Ja, da gebe ich dir recht. Du bist ja ein Fan von. Also tatsächlich irgendwie, weil eigentlich wirkt sie eher so ruhig und still und alles. Aber so bei ihm irgendwie ... Ja, nach fünf Tequila-Shots. Naja, ich glaube, es waren eher fünf zig, aber ja, kann man dann auch mal so weit sein, dass man sagt, hey, komm her. Und dann kotzt man halt auch leider, weil man es irgendwie nicht so ganz im Griff hat, den seinem Love-Interest auf die Füße. Oh, wow. Sehr peinlich, sehr unangenehm. Sollte man vielleicht nicht nachmachen. Unfassbar, wie sie sich benommen hat. Aber natürlich muss man auch sagen, er ist halt so ein richtiger ... Ah, er ist ein typischer Fuckboy, oder? Ja, ich bin doch nicht lustig. weil ich glaube, ich glaube, Benita, ich glaube, wir haben wir doch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ich weiß noch nicht, ob ich mich vielleicht gar nicht mal so schlecht finde. Was? Nein, Leute, es geht schon wieder los. Oh, aber komm schon. Nein. Wenn Benita erfährt, wen ich diese Woche als Gewinner habe, sie hasst mich. Oh, Leute, ich kriege jetzt gerade schon Gänsehaut. Aber ja. Ja, nee, ich finde ganz ehrlich, der Luca, wir, vor allem, das war so richtig typisch, so, jo, also, komm, wir machen die Präsentation zusammen. Ja. Ich setze mich da mit dir hin und gucke dir dabei zu. Ja, er ist, ja, richtig, aber da ist immer einer, der einen ausnimmt und der andere, der sich ausnehmen lässt, würde ich sagen, da gehören auch immer zwei dazu. Schon wieder ein schönes Sprichwort. Aber, was ich denn, sie ist halt schüchtern. Ja, genau, aber danach sind sie doch in den Club gegangen und dann standen sie nicht auf der Gästeliste, weil er es, weiß ich nicht, vergesst hat. Ja, vercheckt, vergessen. Irgendwie erst dachte ich, das wäre voll die Absicht und er will sie vielleicht voll verarschen. Aber dann kam er ja doch noch und hat gesagt, was? Und hat klar gemacht, dass sie reinkommen können. Deswegen, ehrlich gesagt, ich glaube ja vielleicht immer noch daran, dass er sie vielleicht auch ganz gut findet und das noch was wird. Was? Ja. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass der irgendwann noch richtig kassiert und zwar von Oskar, weil er die kleine Schwester verletzt. Glaubst du? Nee, nicht kleine Schwester. Die sieht nur kleiner aus, sind Zwillinge, Aber das sieht, ich denke immer kleine Schwester. Aber ja. Nee, ich glaube immer, also ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, der kassiert noch nicht. Platz für kleine Jungs. Das schneiden wir nicht raus. Oh Gott. Also, doch bitte. Also für die kleinen Jungs bei Köln 50667. Ich weiß schon. Ja, Ich weiß schon. Ist ja klar. Ich meine, du hast ja auch recht, vielleicht irre ich mich ja total. Aber momentan finde ich, verhält er sich ganz schön, wie sich halt auch ein 16-Jähriger verhält, oder? Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich glaube, ich glaube, weil nämlich diese coole Tante, die sich da so an ihn ran macht, das findet er, Samantha, das findet er am Anfang ganz gut, klar, gar keine Frage, aber ich glaube, ich glaube ganz fest, dass mit Nelly wird was. Und ich sage dir, da kommt was Großes. Okay, Leute, das sind wir mal wieder, ja, top die Wette geht. Was soll ich dazu noch sagen? Aber ich fand es vor allem richtig gut, als sie ihn angekotzt hat, weil, also ein einziger Kommentar war nur so, wäh, meine Schuhe. Und sie war halt einfach so, ja, sie war hilfebedürftig. Ich konnte nicht mehr. Und ganz ehrlich, richtig gut von Charlie, sie war zwar komplett underdressed neben Nelly, oder? Ja, voll Nelly so, bin ich zu unauffällig, ja klar, mit einem Kleid, auf einer Underground-Party, mit Gold und Pailletten, ja, da ist die Frage total berechtigt, ob man vielleicht irgendwie in der Masse der auffälligen Menschen untergeht. Ja, die Nelly blüht so ein bisschen auf, jetzt ist sie schon die Böse von Charlie und ihr, sag ich mal, also halt so das Bad Girl. Bad Girl. Das ging jetzt auch ganz schön schnell, mal gespannt, ob sie genauso, weil bis jetzt war sie auch immer so, ja klar Mel, ich komm nach Hause, ich mach meine Hausaufgaben. Und jetzt plötzlich nicht mehr? Jetzt, wo sie auf den Bad Boyer-Schule steht? Ja, ja, ja. Wir werden es sehen, Leute. Na gut, sie hat ja auch einen Zwillingsbruder, an dem sie sich da gut halten kann, muss man dazu sagen. Sollen wir über den mal sprechen? Ja, mal sprechen. Oh, bitte lass uns zu Oskar kommen. Ach Gott, meine Güte, Oskar, Baby. Also jetzt kann ich dir langsam auch nicht mehr helfen. Ja. Ich bin schon alt genug, um Gin zu trinken und dann der andere so, ey, ein Cola für meine Kollegen. Das war so gemein. Dann hat mir ein bisschen ein Leid getan, weil natürlich, ja, ich meine klar, ganz ehrlich, also die Geschäftskollegen oder Partner von, die Lea da den Job angeboten haben, die waren ja noch mal älter als sie auch. Deswegen sozusagen ist der Altersunterschied zu Oskar natürlich gefühlt noch mal krasser gewesen, gar keine Frage und dass natürlich dann sich so ein Oskar gegen so einen, weiß ich nicht, wie alt waren die, 35 bis 40-Jährigen wahrscheinlich eben nicht so wirklich behaupten kann, ja. Und deswegen, ja, schauen die so. Ich warte drauf, was du sagst. Deswegen, also die Sache mit dem Auto fand ich auch total, also das fand ich richtig ekelhaft, vor allem. Und ganz ehrlich, Gott sei Dank hat der Typ Ledersitze. Na, aber also da war ich ein bisschen fast sprachlos, weil jemanden ins Auto zu pinkeln. Ja, aber stell dir vor, es wäre ein Stoffsitz. Wie saueklig ist das denn? Ja. Also das war wirklich so, das finde ich, muss ich auch sagen, da geht auch egal, ob der 2, 5, 7, 12, 16 oder 33 ist, scheißegal, dafür gibt es überhaupt keine Alters-OK-Grenze, das war einfach Kacke. Aber lasst in einer Stadt wie Köln und in keiner anderen Großstadt euer Fenster ohne. Ja gut, das ist tatsächlich auch, also macht das doch bitte nicht. Macht halt einfach nicht. Aber natürlich will ich das nicht entschuldigen, das war natürlich absoluter Quatsch. Vor allem, ich hab, man hat ja so in der Vorschau, an den Tagen der Forschung so gesehen, hey, es wird erpinkelt in irgendeinem Auto. Und dann hab ich mich schon da gefragt, wie rechtfertigt er das? Und er einfach so, wenn du mir ans Bein pisst, pisse ich dir ins Auto. Da dachte ich mir so, mein Gott, das war jetzt nicht echt sein Argument. Ja, ja, ja. Okay, aber dann geht's ja jedenfalls weiter, weil, also Lea will dann erstmal nichts mehr von ihm wissen, weil, ja, weil die, ja genau, weil ihr Job ist durch, die Geschäftspartner denken sich, ob sie einen Totalschaden hat, so einen Typen an der Backe zu haben. Sie das auch noch bezahlen wahrscheinlich. Genau, also deswegen, okay, deswegen, und da kommen tatsächlich ja Lea auch wirklich erstmal so richtig, richtig Gedanken, ob das denn wirklich noch Zukunft fahren kann. Aber sie sagt ja ganz klar, ja, aber am Ende des Tages liebe ich ihn. Ja, aber, am Anfang des Tages sagt sie, lernt sie, jemand anderen kennen. Jemand anderen kennen und das ist einfach kein geringerer als Oskars Papa. Und sie finden ihn ja erstmal richtig gut, ne? Ich konnte nicht mehr. Ich habe ihn dazu als Notiz nur aufgeschrieben, OMG, Lea lernt Oskars Dad kennen, hahaha. Genau, und also, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, also, der Vater und Oskar kamen quasi für den gleichen Abend dann eine Verabredung mit einer total tollen Frau. Beide sagen sich auch, wow, wir haben ein Date und Aufregung, Aufregung. Wissen aber beide nicht, dass sie sich mit der gleichen Frau verabredet haben. Und die Frau weiß auch nicht, dass sie sich mit den zwei Männern verabredet haben, die durchaus Vater und Sohn sind. Das ist ja für meinen Geschmack viel zu glimpflich ausgegangen erstmal, weil tatsächlich haben Ben und Oskar und Lea sich ja getroffen. Mal wieder Lea in Unterwäsche. Ja, per Zufall dann am nächsten Tag. Das war mega unangenehm. Das war wirklich unangenehm. Also, weil ganz ehrlich, oh mein Gott. Aber es gab mir zu wenig Drama, Annika. Er hat so gesagt, okay, ich schütze meinen Sohn hier, du kriegst meinen Segen und bla bla bla. Und er hat halt gesagt, okay, wir bewahren stillschweigen über die Sache und hat halt nur so kleine Kommentare gemacht, wie von wegen, ja, so toll war sie gar nicht, es war eigentlich voll die Gesichtskräfte. Voll die Gesichtskräfte. Also das fand ich ein bisschen witzig, weil natürlich, also ich fand es auch okay, dass er sie gedisst hat. Ja. Das fand ich absolut in Ordnung. Aber, ach, ja, also deswegen, Benita, die Frage an dich mal. Ja, wenn ich dich schon anschaue, da bräuchte ich die Frage überhaupt nicht stellen, aber ich wollte sagen, Vater oder Sohn? Vater. Ach, ja. Ohne Witz, aber, oh mein Gott, aber 100 Prozent. Ich muss jetzt mal, meine Geschichte, meine Geschichte, ich glaube, wir gucken manchmal zwei unterschiedliche Sendungen, weil die Woche geht ja noch weiter und Oskar legt sich dann so ins Zeug, um seine Lea zurückzugewinnen. Wir gucken einen Film. Nein, er schickt ihr erst mal Blumen, er zieht sich einen Anzug an und organisiert quasi ein Privatkino und das ist, und du, ich darf es gar nicht sagen, also mich hatte total wieder gefickt. Ich habe mir wirklich gesagt, ach, er ist wirklich, er ist so. Das Gute ist, wir werden uns nie wegen einem Mann streiten. Ich fand den so zauberhaft. Das fand ich, ich fand es so unglaublich sweet, wie er sich da bemüht hat. Echt? Ich dachte mir, steig aus dem Auto, geh zu dem richtigen Mann. Und der ist ja auch vor allem so attraktiv. Ja, nee, aber der Oskar, ich weiß auch nicht, warum, vielleicht irgendwie kommt da so ein Welpenschutz, Mechanismus mir hoch. Ich fand es so süß und deswegen kann ich gleich verraten, nein, doch, ich verrate es, der Gewinner der Woche ist für mich Oskar. Nein. Doch, aber da können wir das Spiel drauf tun. Meine Güte, jetzt hat sie es übertrieben, wirklich. Jetzt hat sie es übertrieben. Oh nein. Aber ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin offensichtlich Team Ben. Ben und Benita. Call me, boy. Ja, aber okay. Ja, das können wir vielleicht auch rausschneiden. Aber nee, ich muss sagen, ich fand ihn richtig gut und der hat zum ersten Date schon einen Anzug angezogen oder halt wenigstens ein Hemd und Sakko. Ja. Mir dachte, er ist halt ein erwachsener Mann. Ja, das ist schon richtig, das ist schon richtig und wie gesagt, wer mit Lea besser zusammenpasst, da will ich jetzt auch gar nichts sagen. Ich will ja an dieser Stelle nur sagen, dass ich was finde, was Oskar so betreibt, um Lea zurückzugewinnen, weil er genau weiß, wie richtig kacke, kacke, kacke das war. Finde ich süß. Okay. Ja gut, dann lasse ich das jetzt einfach mal so stehen und schüttel nur weiter in den Kopf, weil wir müssen nämlich noch über ein anderes Thema sprechen. Bitte. Fängt mit S an und hört mit O4 auf. Ja. Wow. Oh Mann ey, es hat echt so, weißt du was mir, Sophia ey. Also erst hat sie sehr ganz gut angefangen. Sie hatte, also ich meine ganz gut angefangen in dem Sinne, dass die Lügen war nur halb so schlimm. Naja, sie hat den Jumpsuit zwar geklaut, aber keiner hat es erstmal gemerkt. Also für sie hat es gut angefangen. Ja genau und plus, man muss dazu ja sagen, sie war quasi trotzdem auch schon so im Lügengeflecht verstrickt, dass sozusagen ihre ganzen Freunde glaubten, es wäre ein Job. Dabei war es nur ein Praktikum. Also das war ja schon mal nicht so ganz ohne. Und sie hat mega viele Komplimente bekommen und das ist halt, ich kann es auch verstehen, schon mal vor, deine Kollegen sind alle so richtig scheiße. Ja klar. Dann hast du mal was Teures an und alle sind plötzlich total nett. Die waren ja nicht einfach nur, die haben ja nicht nur Komplimente gemacht, die waren wirklich nett. Ja richtig. Und dann hat ihre Chefin sogar gesagt, sie darf mit auf eine Messe. Ja. Und da ist sie ja komplett ausgerastet und mein einziger Kommentar dazu ist einfach, sie ist nach Hause gekommen und hat so geschrien, Schatz, Schatz, Schatz. Weißt du an wen mich das erinnert hat? An die Laura und den Wendler. Sie so, Schatzi, 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 hör mir zu. Ich konnte gar nicht mehr. Ich habe wirklich nur, ich meine, es war halt auch präsent die letzten Wochen in den Medien. Ich bin fast durcheinander gekommen. Wie gut, dass Jan kein DJ ist. Ja, aber dann nimmt halt einfach die Geschichte, den Lauf quasi, wie sie fast den Lauf nehmen musste und das finde ich ganz, ganz schlimm, was dann folgt. Weil dann ist einfach die Sache die, dass sie anstatt einmal zu sagen, okay, wow, hat einmal geklappt mit diesem dazu bestellen und einfach für Privatgebrauch nehmen, abgehakt. Mach ich das immer. Mach ich das immer und dann auch noch so wahnsinnig unklever zu sein, in einer Herrenbestellung einen Damenrock zu bestellen. Da denke ich mir halt auch wieder so, vielleicht einmal mitgedacht, Fragezeichen. Ja, vor allem ist es ja schon mal eine deswegen rausgeflogen. Ja, genau, sie war ja auch dabei. Die weiß doch, dass man es offensichtlich überprüft. Und dann kommt halt ein Ding zum nächsten, die Chefin, die richtige Chefin merkt es auch, sie fliegt raus, hochkant, ciao, kakao, hat auch noch 500 Euro Schulden. hat 500 Euro Schulden, die sie bis abends zahlen muss, weil sonst die Polizei kommt. Richtig, richtig, richtig kacke. Und da wäre der, also ich meine, der Zeitpunkt wäre vor ungefähr zwei Wochen gewesen, aber das wäre der späteste Zeitpunkt gewesen, um zu Jan zu gehen und zu sagen, Du, ich hab da, da irgendwie läuft es hier gerade nicht, ich muss dir jetzt mal sagen, was los ist. Genau, und vor allem, sie hat ja, klar, ich glaube, in der Mitte der Woche, oder Mittwoch oder so, hat sie der Leonie erzählt, dass sie Schulden hat. Immerhin. Ja, genau. Immerhin hat sie sich einer so anvertraut, seit dem Mick-Vorfall sind sie ja beide sehr, sehr eng miteinander. Und Leonie hat genau das Richtige gesagt, du, ich will dir helfen, aber es bringt nichts, jetzt schon wieder Geld aufzutreiben, du musst dir helfen lassen, du bist kaufsüchtig. Ja, genau, du bist kaufsüchtig, red mit Jan. Und die ist ausgetickt. Die ist ausgerastet. Die ist ausgetickt und dann war ihre Lösung einfach, okay, sie hat sich mit einer auf der Straße angestresst, wurde halt geschlagen von der, hat halt eine Faust kassiert. Okay, das ist ja wirklich passiert, aber sie sollte ja Jan das Cage-Geld bringen und sie hat einfach ihren eigenen Freund beklaut und auch das Unternehmen. Ja, und jetzt wollen alle, jetzt Freunde werden es angelogen. Jetzt wurde dann gesagt, ja, das Geld wurde mir geklaut, dabei wurde es ja gar nicht geklaut, sondern sie hat damit ihre Schulden getilgt. Hat noch eine falsche Anzeige bei der Polizei. Bei der Polizei, ganz ehrlich, wofür denn das hin? Das würde ich mich nie trauen, die Polizei so zu belügen und dann wurde auch noch jemand verhaftet. Ich meine, Gott sei Dank hat sie dann klargestellt, der war es nicht, aber ich meine, es kann immer passieren, wenn du eine Falschaussage machst und die haben sie ja dann erwischt. Ja, und die Polizei sagt dann ja auch irgendwie, hey, voll die Ungereimtheiten, was sie da erzählen und blablabla. Ich bin ganz sicher, dass da Sophia nicht hier ein bisschen Wahrheit und Lügen hier ein bisschen vermengt. Ja. Und dann rastet der Jan auch noch ein bisschen aus, weil er sagt, willst du meiner Freundin was unterstellen? Ja, es ist ja süß, aber langsam ist es einfach nur noch naiv. Das muss man doch merken. Und dann sind Sophias Kolleginnen, ehemalige Kolleginnen, ja im Cage gewesen. Und dann hat sie sie auch noch überredet, weiterzulügen und zu sagen, hey, könnt ihr so tun, als wäre es eine feste Stelle gewesen, was weiß ich. Und ich meine, die Kollegen haben halt gedacht, gut, Drinks für den Abend können wir sagen. Aber wie kann man denn auch bei Olli, genauso wie bei Sophia, wie kann man denn immer alle dazu bringen, so zu lügen für einen und auch so gar kein, also ich meine, klar hat sie ein schlechtes Gewissen, aber ich könnte es niemals, sie hat es viel zu weit getrieben. Total. Und wie sie die Woche auch noch ausrastet, die ganze Zeit, erinnert mich einfach nur noch an Jill und von der bin ich ja so nicht der größte Fan. Vielleicht bräuchst du auch noch Tabletten. In Anfällen, ich finde der große, große Unterschied aber ist, weil du jetzt gerade das ansprichst, zwischen zum einen Sophia, die ihre Freunde belügt und Olli, der mit seinen Freunden lügt, eben das ist der große Unterschied, weil nämlich Sophia belügt alle Freunde und macht ein falsches Spiel mit denen und erzählt in absolute Unwahrheit und Olli belügt nur seine Freunde, genau, aber zu seinen Freunden, mein Gott, die wissen alle Bescheid und die sind halt so lieb und spielen mit, das ist irgendwie ein großer Unterschied. Du hast recht, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Du hast recht, jetzt ist tatsächlich Sophia bei mir in Rating unter Olli gerutscht. Ja, absolut. Aber es war nicht so. Ich habe das aus diesem Blickkrieg noch nie betrachtet, also danke, du hast recht, das stimmt. Bitte. Immerhin ist er zu seinen Freunden ehrlich. Ja. Ja, und ich finde es so schlimm, weil Jan denkt halt einfach immer noch, und also jetzt stell dir mal die Situation vor, Jan denkt einfach immer noch, seine Freundin arbeitet in dieser, bei Better Dresser. Ja. Und wenn jetzt irgendwie, und das muss doch irgendwie auch mal, irgendwie jetzt alles, dieses Kartenhaus muss rausfliegen. Wir haben es in der Vorschau gesehen, dass er, ja, genau. Ja, aber ganz ehrlich, die sind doch alle so kreativ in Lügen, dann erzählt sie wieder irgendeine Geschichte vom Pferd und sagt da, bla, da, die, bla, bla, bla. Also ganz ehrlich, dass das jetzt sofort schon rauf fliegt, ich würde hier keine Hand mehr ins Feuer legen. Das denke ich mir bei Olli seit auch Wochen, das muss jetzt mal auffliegen und irgendwie passiert da immer der nächste Hammer nach dem nächsten. Also deswegen, naja. Naja. Zitate? Ich muss allerdings sagen, meins ist diese Woche relativ easy, aber ich fand es einfach so witzig. Echt? Bitte. Dann starte doch. Obwohl, man denkt ja oft, die anderen weiß es sofort. Ja, genau, eben. Und dann denken sie so, hä, nee, weiß ich gar nicht. Also, in Japan gibt es einen Kölschladen, kannst froh sein, dass die so dumm ist. Das hat Kevin gesagt. Und tatsächlich, das ist, Kevin hat diese Woche eigentlich auch tatsächlich für mich so ein bisschen, ich hätte da auch ein Zitat von ihm und dann nehme ich auch gleich das, also, ich ergänze es nur, er sagt, also die macht der Blondine aller Ehre. Ja. Weil, also auch, ich meine, die merken schon auch, dass, also wenn Stella wirklich das alles glaubt, was Oli da auftischt, dann sie auch so ein bisschen naiv ist. Ein bisschen. Ja, ich wollte es nett sagen. Ja. Möchtest du mein Zitat? Ja, bitte. Ich habe, ich habe neben diesem Kevin-Zitat, was ich jetzt hier gerade schon rausgehauen habe, nur so Sex angehauchte Zitate, weil, das hat sich diese Woche einfach so angeboten. Ähm, oh, ich habe euch gar nicht kommen hören. Wir euch aber schon. Ich weiß ja, das war, das war, ich weiß nicht, das war diese Konstellation, Oskar, Lea, Ben und Nelly, ne? Ja, genau. Und dann haben die das so, Oskar sagte, Oskar gesagt, hä, ich habe euch gar nicht kommen hören. Nelly so, wir haben schon. Ja, sehr unterschiedliche Arten von Kommen und Gehen, aber, ja. Sehr gut, Nelly. Sehr gut. Das fand ich auch tatsächlich. Vielleicht ist dir mal aufgefallen, dass immer im Loft die Leute, also die Leute, die im Loft leben, so einen richtig guten Humor haben. So, ich erinnere nochmal an Mel, die das mit der Ursula gesagt hat. Die sind ja auch verwandt. Ja, die sind verwandt und irgendwie sind die alle sehr schlagkräftig. Lustig. Auf jeden Fall. Ja. Dann kommen wir aber auch tatsächlich wieder gleich weiter zu Gewinnern, Verlierer der Woche. Ich habe es ja schon angekündigt. Ja, ich weiß ja schon, dass du Schüler verkackt hast. Es könnte diese Woche nicht ganz einvernehmlich sein. Weil dein Gewinner der Woche Oskar ist. Richtig. Ich habe sogar ein Herz dahinter gemacht. Hier steht Oskar und ein kleines Herz. Weil ich fand ihn, ach, ich weiß nicht. Ja, wir haben es verstanden. Du findest ihn süß. Ich fand es süß, ja. Ich glaube, du wirst jetzt gleich richtig lachen, weil mein Gewinner der Woche ist Ben. Weil er hat erstens so cool reagiert und auch schlagfertig und er unterstützt seine Kinder und er ist so liebevoll streng und was weiß ich. okay. Ja, witzig, aber dass das wieder so genau das Gegensatz, weißt du, das können ja auch zwei unterschiedliche Storylines mal sein. Ja. Es könnte auch sein, dass unser Gewinner, dass die ganz unterschiedliche, aber wir sind immer gerne in der gleichen Story, bloß ganz unterschiedliche Leute. Aber ich bin jetzt bei Ben, also das kann ich durchaus nachvollziehen. Darum geht es nicht. Also der ist ja auch attraktiv, schön und nett und brav und lieb und alles, gar keine Frage. Nur sozusagen, also wie gesagt, ich habe letztes, irgendwie vor kurzem hatte ich mal für Marc meinen, fand ich so süß mit der Ente und wie gesagt, also mein Herz hat diese Woche leider Oscar gewonnen. Kommen wir zu den Verlierern. Da kommen wir vielleicht eher zusammen. Ich glaube auch. Ich fand es auch mal wieder offensichtlich. Ja, ich habe zwei. Ich habe eine. Ich fänge S an, hört mit Ophia auf. Ja, genau. Also die habe ich auch und tatsächlich haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber vielleicht auch, das bietet sich auch eher wahrscheinlich dann vielleicht fürs nächste Mal an, weil wir schon wieder so lange sprechen. Wie wird die neue Jill, habe ich geschrieben. Ja, ach nee, das weiß ich gar nicht. Obwohl tatsächlich beide ja psychische Probleme irgendwie haben. Nee, mein zweiter Verlierer ist einfach noch Freddy, weil Freddy, Freddy und genau das wieder auch die Sache, der belügt seine eigenen Freunde sowas von krass und klaut für seine Freundin, um ihr irgendwie zu helfen. Aber er kann ihr doch gar nicht helfen. Tabletten. Ja. Wow. Wow. Er ist zwar der Verlierer, da hast du recht, so im Sinne von, dass er, aber ich finde, er ist nicht so, so ein Loser. Also er ist nicht so, dass er so viele schlechte Taten macht, weil, da kann ich dir nicht zustimmen, weil, mein Herz ist gebrochen, als er am Ende gesagt hat, er versucht Jill so zu helfen, wie er seiner Mama geholfen hat. das habe ich, als ich das gehört habe, mein Herz ist gebrochen. Ich fand das so schlimm zu hören und das ist, stell dir mal vor, irgendwie, du hast so einen Hintergrund und dann kriegst du, gerätst du an eine Freundin, die genau sowas mit. Ich glaube, wenn du einen Hintergrund hast, also wenn du eine schlimme Kindheit hattest und wenn du mit deinen Eltern irgendwie Probleme hattest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du genau an so einen Partner gerätst, nochmal viel höher, weil sowas zieht sich an. Aber man muss so aufpassen, weil das einfach, das ist echt, das kann krass, krass toxisch und echt schlimm beenden. Also deswegen, ist ja jetzt schon für ihn nicht gesund, die Beziehung. Und ganz ehrlich, hat sie Jule angespuckt? Also, ja gut, aber über Jill brauchen wir, glaube ich, jetzt tatsächlich diese Woche jetzt gar nicht groß weitersprechen. Also sie hat einfach einen Schaden. Also im wahrsten Sinne des Wortes leider. Ja, und vor allem am Anfang der Woche dachte ich noch, hm, unheimlich still und chill. Ja genau, ich dachte mir auch so, oh, funktioniert wohl. Ja, funktioniert, weil wohl die Tabletten da waren und gegen Ende der Woche Tabletten aus und dann wurde es halt wieder krass. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich müssen wir nächste Woche wieder, lass uns eine Pause von diesem Jill-Thema machen, ne? Ja, absolut. Genau. Deswegen würde ich auch sagen, gehen wir eigentlich auch schon in, wie geht es in der nächsten Woche weiter? Wir haben ja einiges erfahren, auch darüber, wie wir vielleicht noch kurz sprechen müssen. Es gibt einen nächsten Dreier, der mit Bo und Leo aber so als Zweier endet offensichtlich. Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Und deswegen bin ich da jetzt sehr gespannt, ob meine Theorie, dass Bo vielleicht auch doch Leo gar nicht mal so verkehrt findet, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ja, ja, ich sehe schon, was du meinst. Was passiert noch? Aber vielleicht macht es Bo auch nur, um Toni anzutören. Wir werden es sehen. Man weiß es nicht. Ja, Jan erfährt tatsächlich, dass Sophia gekündigt wurde. Ja. Oh, das wird krass. Das wird, glaube ich, krass, obwohl, wer weiß, wie du schon gesagt hast, vielleicht lügt sich da wieder aus. Aber der Hammer der Woche ist schwanger ist schwanger von Mr. Oscar. Genau. Dem kleinen Oscar. Das wird tatsächlich krass, weil, also ich meine, mal nur kurz in die Runde schon geworfen, irgendwie mit 16 Vater werden. Wow. Und vor allem, er ist ja auch für sein Alter nicht besonders reif. Aber darüber haben wir auch schon. Ja, ja, ja. da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, meine Prognose ist, er wird voll vor Glück ausrasten, so total irrational. Er denkt gar nicht, ja, mein Gott, meine Schule oder so denkt er nicht. Der wird denken, ja, du bist meine Traumfrau und jetzt kriegen wir das alles hin. Und er wird so voll euphorisch sein und gar keinen, sich einen Kopf darüber machen. Und Lea, die wird am Boden zerstört sein und was weiß ich. Also, ich glaube, so rumläuft es. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass er wirklich irgendwie geschockt ist. Ich bin gespannt. Also, ich kann mir da sehr, sehr viele Konstellationen vorstellen, irgendwie, auch von ihr, irgendwie Freude und von ihm nicht. Keine Ahnung. Ja, ja. Dann ist Ben, ja, Opa von dem Kind. Kann ja mal passieren, ne? Was hatten wir festgestellt? Und datet dann die Mutter? Vielleicht? Vielleicht. Und dann irgendwann wird der Opa der Vater. Nein, also jetzt wird es ein bisschen wild. Aber, deswegen hören wir jetzt auch auf, Leute, wir haben es richtig übertrieben heute. Ja. Aber es war lustig. Und viel los. Immer lustig. Und wir haben noch nicht mal über Jill geredet, aber, also ihr seht irgendwie, tatsächlich, also wir werden mal sehen, vielleicht machen wir mal wirklich so ein Special Task. Genau. Extended Version, XXL, was auch immer Podcast. Mal sehen. Und es war ja nächste Woche auch ein bisschen ruhiger und dafür war diese Woche halt einfach wieder umso mehr los. Und so geht es halt manchmal im Leben. So ist es. Ein Auf und Ab. Annika hat heute die Sprüche rausgehauen. Leute, wer von euch die Sprüche, die Sprichwörter zählt, die Annika heute, ähm, der kriegt ein Eis. Der kriegt ein Shoutout in unserer Instagram Story. Also, wer mir sagen kann, wie viele Sprüche es waren und am besten die auch noch mir rausschreibt, Leute, der kriegt den Shoutout in der Story. Von Benita. Von mir. Ja. Von mir Benita höchstpersönlich. Ja. Also Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr bewertet uns bis dahin, vielleicht, wenn ihr Bock habt, ihr hinterlasst uns Kommentare, Nachrichten, wie auch immer. Denkt dran, wir haben euch die Highlights, in die Highlights, unser Kommentar, ihr könnt uns da schreiben und Anregungen. Benita findet gerade keine Worte. Ich finde keine Worte mehr für dieses, für dieses kleine Kästchen, wo draufsteht, schreibt uns. Das ist in den Highlights. Also, genau. Wenn ihr euch noch was einfällt, einfach hinterlassen. Wir freuen uns wirklich auf alles, was ihr uns schreibt. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch ein gutes Wochenende, gute Woche. Ja. Und wir harren der Dinge, die da bei Köln 50667 passieren. Ja, das war noch eins. Okay, ciao, ciao. Macht gut, ciao. Ciao. Ja, oder BUTje. Ja, oder ist eigentlich mein Ja. Gut. Philippe. Ja.